Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalarm. Heute Nedrick, no-Action-Chat. Was sind's denn? Ostsee-Bottenbo- Ausgeschlitzelt. Was sind's denn jetzt für Barsche eigentlich? Was wollen wir über die sagen? Wanderbarsche. Deswegen sind sie so stark, weil sie die kleinen Hornhechte fressen. Und wenn Barsche kleine Hornhechte fressen, wisst ihr, wo wir sind. An der Küste. Das Krasse ist, ich hab grad schon zwei verloren. Haben sich frei gekämpft. aber mein mann der ollie der hat es geschafft ja ich habe mal neun köder probiert von johannes da fing ich an zu nörgeln habe gesagt um mal gucken ob da was geht und so der hat mehr bisher gebracht als die anderen bisher also super trick normalerweise eine methode wo man ein schwimmendes gummi fischchen oder wurm oder einen krebs auf so einen speziellen jig steckt der das ganze dann nach oben hält und dadurch dass das gummi schwimmt steht das schwänzchen in die höhe die fische sehen es schön das wackelt schön die können es schön annehmen top jetzt scheint sich das ganze aber auch als ein riesen schwindel und pr gedöns rauszustellen weil es funktioniert ja auch mit nicht auftreibenden gummis was ist dahinter wir decken es heute auf leute leute die lücke hier hat es voll in sich habt ihr gesehen wie krumm die route war heute heult die bremse so viel steht fest wenn ihr wüsstet leute wo wir heute schon alles waren der early bird und sein kumpel ollie sind am start da steht der ollie da ist der fluss dafür steht man doch gern früher auf mein wecker hat heute um 3 uhr 30 geklingelt ich glaube ich war früher dran jetzt ist so ungefähr 14 uhr 14 uhr ist der alter das gibt es doch ich wollte gerade sagen würdest du quer fängste mehr hast du aber auch mehr alarm im schilf und beim liegen lassen ja nicht so schlecht der kleine junge und ich jetzt hier habe ich jetzt habe ich ein problem ich habe sehr viel dabei aber wenig leichter schick rettung im schilf hier wird es nass da der gute weiße was ein drama leute oder genau so wird es gemacht also ob es genau so gemacht das weiß ich auch nicht aber das beste draus gemacht schick gerettet der ganze tag gerettet leute das geht doch super los so wieder einsatzbereit was man schon mal sagen kann ideal gerade wenn es ein bisschen schlammig nass ist weißer nike mit löchern einfach perfekt gemacht mal wieder scheiß astra versaut ein viel der war doch vorher nicht so tief so also inzwischen ist folgendes passiert wir haben einen schick gerettet gott sei dank ein von wir haben noch drei ersatz tricks dabei hier drin ist alles ich bräuchte jetzt einfach ein paar network tricks leicht und ein paar shake sticks aber ich habe alles dabei einfach nicht so schlimm alles ist ja besser als nix direkt geliefert noch ein bisschen klein aber kampfstark da kann ich doch gleich mal ein bisschen was zur köderführung sagen oder beziehungsweise zur angelart an sich das netrick wurde gebastelt mit einem stand-up check also das sind die netrick tricks die sehen bei vielen herstellern ähnlich aus halt hier eine platte wo der chick steht und dann wackelt der köder hier mit seinem schwänzchen das ist das ding du wackelst mit dem ding versetzt wieder wackelst versetzt wackelst dann soll der fisch einsteigen die fische nehmen den köder also in der ablage oder wenn er ganz langsam bewegt wird bisschen mit der kurbel drehen bisschen in die roten spitze reinzupfen den köder versetzen draufsetzen dass er dann steht warten und dann nimmt der fisch ob er dann steht oder nicht steht das wissen wir alles gar nicht so genau das müsste man sich mal mit unter wasser kameras angucken final wissen wir aber dass die fische auf den liegenden köder gehen und das tun sie natürlich umso lieber wenn der köder stark geflavort ist ist er riecht er sehr gut fried squid flavor das ist das ganze geheimnis vom netrick angeln zumindest vom netrick angeln mit dem shaky stick die leute mit den auftreibenden ködern werden euch noch eine andere geschichte erzählen ich erzähle euch die hier und in der theorie zumindest also wenn er steht wackelt der natürlich wunderbar mit seiner keule lockt die fischchen an durch diese mikro schwingungen hier und wenn die theorie nur theorie ist in der praxis trotzdem böse rausschauen dann ist es halt so dann ist auch nicht schlimm das war eine wurzel die nachgegeben hat hast du das gesehen habt ihr diese szene gesehen ich hoffe man sieht so auf der gopro das ist ja der wahnsinn dieser fisch habe ich hoffe man hat es gesehen hat einen kleinen barsch hier rein getrieben und dann stand da unten mein netrick und dann ganz easy also netrick an sich kein schwindel geiles ding netrick und schwimmend werden wir sehen hier greift mal wieder das alte sprichwort wo ein netrick ist ist auch ein hänger das bringt diese präsentation einfach mit sich wenn man hier an steinchen arbeitet am holz und so weiter gibt es halt immer mal netrick verlust hier ich kann euch ja mal ein bisschen zeigen ein paar haken ein hänger also ist einiges vorhandene rubber chicks laufen aber wir brauchen heute nur netrick chick köpfe wie viele haben wir noch der vorletzte dabei habe ich noch gar keinen verangelt aber wir haben wir können improvisieren leute wir improvisieren uns schon einen zurecht wenn es dann soweit ist die kleinen zettys kommen eigentlich eher im dunkeln aber gegen das netrick kartell hat er keine chance wieder zander kann ich auch also zander scheint hier zu geben ja macht auf jeden fall bombenlaune also wir waren heute schon nicht fangen und dagegen ist das hier jetzt klappert er an allen ecken und enden seitdem wir das netrick drauf haben brutal hier hat auf jeden fall schon mal jemand geerntet heute oder gestern das hier muss echt nicht so wir sind jetzt schon wieder müll einsammeln angelhaken wirbelverpackungen wirbelverpackungen ja unmöglich da die nächste scheiß ja an einem platz unmöglich leute den würde ich am liebsten mal kurz zwischendurch dieses netrick angeln ist ein richtig gefährlicher sport zwischen schlangen riesigen schiffen und müll bergen und fallgruben gibt es auch noch jetzt hat es geschnackt wird man hat echt mühe diese racke richtig festzuhalten ja es ist jetzt wieder mal die jagd nach dem 30 plusser also bis 25 kommen wir locker glaube ich fangen viele fische nebenbei immer wieder bisschen zander kleine also es beißt wahnsinnig gut jetzt gilt es halt noch den großen zu überlisten die frage ist würde es ein größerer köder bringen ich glaube halt nein weil da unheimlich viel brut fisch unterwegs ist der sind zwischen so groß und da werden sich alle darauf einschießen groß wie klein ihr seht ja wir fangen mit diesen nicht auftreibenden gummis ganz hervorragend wirklich ich glaube auch nicht dass irgendjemand mehr fangen könnte wenn er jetzt so ein auftreiben das gummi hätte zumindest jetzt und heute und hier nicht jetzt kommt mal eine these von mir die stelle ich jetzt einfach mal im raum und begründe die gleich vielleicht ist es mehr die köder führung als das auftreibende gummi und der jickkopf weil es ist ja so ich fange auf die gleiche führung mit dem free mit dem texas rick mit dem carolina rick mit herkömmlichen jickköpfen mit rubber jicks mit allen möglichen gummifisch präsentationen also oder ricks eben das könnte also sein dass barsche hechte zander wie sie alle heißen ganz gern mal langsam geführtes gummi nehmen das natürlich viel komfortabler auch für so ein räuber ist als ein schnelles gummi das dauernd aus dem sichtfeld raus gerät viel zu schnell weg ist aus den augen aus dem sinn das kann halt beim netrick und den anderen spielarten die ich genannt habe eben nicht passieren da ist der köder lange vor den fischen und ich glaube das könnte schon ein punkt sein warum man mit diesen methoden sehr gut fische fängt und zwar mit auftreibenden gummis aber eben auch ohne auftreibende gummi schreibt doch mal in die kommentare was ihr davon haltet das würde mich jetzt wirklich wirklich aus tiefstem herzen sehr interessierend wird da schon wieder gedreht schön geschäft gefärbte fisch gefällt mir gefällt mir hier stehen wieder ein paar alles noch die erste version der erste jig der erste schalke stick den habe ich schon zweimal aufgezogen gezogen noch mal einen neuen kanal vielleicht klappt es noch mal sonst von anderen aber funktioniert ja erst rein und wieder dran die schütteln sich manchmal ab dann lässt du nach und fluchst noch halb und dann hängt schon wieder der nächste dran oder der gleiche man weiß es nicht jedenfalls die zeit meines dieses schalke stick läuft ab jetzt kann man den umdrehen dass er beim no action shirt noch unproblematischer das muss ich bloß noch irgendwo eine stelle finden wo der in der mitte noch nicht zerfetzt ist jetzt habe ich eine und zack geht es weiter jetzt jetzt ja ja da haben wir auf jeden fall was was in richtung 30 geht ja ok würde 30 haben man weiß es nicht vielleicht 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 ist es ein 30er schöner fisch trotzdem sehr schön jeden fall schöner fisch und er hat direkt diesen sieben fach neu aufgezogenen gummi fisch den hat er haben wollen aber der ist rein gepfiffen ihr alter glaubt uns noch also wenn das ein barsch ist das ist ein guter das sieht mir nach dem zettel aus fühlt sich zettel an habt ihr den bis gesehen der ist so schön reingetoppt na guter fisch oh ja guter fisch oh oh das ist der dickste bis jetzt die kämpfen so krass sehr unfassbar aber leute was ich noch mal betonen möchte es ist vielleicht der 20 25 fisch der erste köder und der erste check da ist er prächtiger stachelritter auf gummi nummer eins das sieht inzwischen genauso aus wie ein barschgummi aussehen muss schaut mal habe ich euch vorhin ich habe euch vorhin auf diese fallen hin gewesen hier war wieder eine also jetzt schaut euch mal dieses gummi hier an 17 mal durch neue kanäle auf durchgestoßen sobald ist er durch aber guckt euch mal an genau so sieht es aus in der heutigen teckel minute möchte ich euch vorstellen den dank low von nike einen der besten turnschuhe auf der ganzen welt es gibt ihn wieder aber das war nicht die teckel minute in der heutigen teckel minute möchte ich euch vorstellen die barschalarm twitch and play l wurfgewicht 3 bis 10 gramm länge zwei meter 1 eine wunderbare allround rote zum leichten barschangeln nicht nur zum angeln mit metric für alle ricks zum twitchen einfach perfekt geeignet warum kurzer griff lässt sich schön aus der hand arbeiten und eine schöne straffe aktion die allerdings dann schon mit geht wenn der fisch kommt nicht zu hart die fische können da schön rein laufen traumhaftes gerät ausgestattet mit einer 2000 rolle cardiff gibt es nicht mehr schade wunderschönes ding shimano tolle rolle 10er momoi cast pe perfekte schnur leise weich beschichtet ganz tolles schnürchen 20er flurkarbon 1 meter 20 dran funktioniert astrein des gespannen kann ich euch für die leichten sachen wärmstens ans herz legen die gehört eigentlich ins arsenal von jedem barschangler entweder die oder eben eine andere ihrer klasse und wie immer findet ihr alle produkte in der beschreibung zu diesem video oder bei zackfishing im online shop oder beim gut sortierten fachhändler viel spaß damit zur köderfarben situation hauptsache shaky stick würde ich sagen komischer hänger kommt mit mitkommender hänger wer kann auch spinner jetzt gehen wir hier auch noch mit gewinn raus ist ja sensationell so der dramatische moment ist gekommen jetzt ist er filetiert noch mal ganz kurz zur farbe wenn die sonne scheint ist motoröl keine schlechte weil das motoröl kann sein uv ding entfalten einfach top die fische sehen sie riechen ihn in jeder farbe aber ihr habt ja gesehen wie viele fische heute darauf gefangen wurden läuft einfach könnt ihr euch merken motoröl plus sonne gute kombination nein jetzt hat sich ein guter fisch festgesetzt meinst du der hängt noch werden neue schildlücken geschlagen der ist dann immerhin so kann es ja mal zeigen wie es aussieht in so ein schilfgebiet reingeschwommen und ja hängt noch boah ist der rein schöner bis unfassbar ein schöner fetti wahnsinn echt guckt euch mal den mobs an ein rapfen auch noch jetzt hörst du auf sehr unfassbar er kann das nette kartell nichts gegen machen ein doppeldrill jetzt da hast du womöglich der dickste barst des tages petri petri ja leute ich würde sagen an der stelle gehen wir raus oder habt ihr gesehen nettrick funktioniert ist es ein schwindel mit dem auftreibenden gummi fängt ja auch aber ohne geht es auch und das wollten wir euch beweisen in diesem sinne bis zum nächsten mal tschüss tschau wow wow ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020